und heute spielen wir mal wieder wie ihr sehen könnt eine runde pro blog und heute spielen wir mal den taikun hier weiter also den geld taikun genau so das haben wir ja länger jetzt nicht mehr gespielt ich würde sagen wir kaum uns ja auch erst mal 250.000 müssen wir uns müssen wir hier anscheinend zehnmal drauf drücken und das machen wir jetzt ist ja schon auf so gut an drei hunden auch wieder drei der 30.000 mal hier drauf drücken da ist es das nächste kostet 400.000 aber ist denke ich auch noch im raum so wir haben hier auf jeden fall auch drei spins wir können auf jeden fall wieder drehen das machen wir auch mal was kriegen wir was kriegen wir 215.000 haben oder nicht haben so was kriegen wir jetzt kommt ein kleines geld vor 107.000 aber es stellt euch mal vor ihr stellt ja stellt euch mal vor ich das wirklich in echt so so jetzt hier wieder 30.000 mal drauf drücken let's go öffne dich danke sehr so jetzt können wir hier ein upgrade kaufen für die sicherheit das muss ich jetzt bei jedem kack dingens einzeln kaufen oder was habe ich da bock drauf hier unten irgendwas das ist ja schon so ich bin schon in der dritten etage merke ich gerade so gehen wir mal wieder hoch wir könnten hier mal alles machen wir nicht das sieht nämlich scheiße aus lass mich hoch danke sehr so dann hier einmal ein weiterer abgewichtigen 10.000 krieg dadurch so ein noch und dann müssten wir alles wie die dinge haben so das jetzt können wir jetzt hier nicht mehr trainer ist instant nehmen möchte ich nicht wir haben hier noch 100.000 aber mehr kann man ja auch tatsächlich machen so die 300 sind da war geld förderband 350.000 oder die haben ja alle schon millionen dann komme ich mit meinem 1000 daher ist das gerade weggegangen oder was sollen der käse egal auto quats kann es sein dass ich das jedes mal wechsel wenn ich irgendwas einsammeln sehen wir ja gleich ach du heilige ein geldautomat für 400.000 haben oder nicht haben ja das ändert sich tatsächlich wenn man das einsammelt guckt so wenn ich erst wieder einsammeln ja okay passt doch nicht wie ip was kann man damit machen wenn ich wüsste was man damit machen könnte dann könnte man jetzt kann man das sehen 50 prozent mehr bargeld einen kisten spawn 1 bin pro etage also das heißt du kriegst jedes mal wenn du eine etage höher bist ein spin ja gut braucht braucht man jetzt nicht unbedingt ne so ich denke mal dass was 6000 usw denke mal dass dann wieder da so upgrades kommen die man kaufen muss aber egal was gibt es denn hier noch so im laden war bild wahnsinniger wert wenn ihr wenigstens unendlich wert dann vielleicht aber so automatisches sammeln sammling automatisches sammeln 50 prozent cashboost 150 prozent cashboost kisten zwei kisten sparen fünf wisten sparen ich sag mal so wenn man wie er kauft man kriegt 50 prozent bargeld also das hier wahrscheinlich dann ein kisten sparen kisten sparen und ins bin pro etage ja gut sicher jetzt nicht ja wo ich ja fast eine bille meine erste million so ich kann sogar beides kaufen johann hat 60.000 was ist das ich kann mir das bin schnell ich bin drehsüchtig ich muss bin was kriege ich mittleres geld 480.000 let's go harm oder nicht ja ein kleines geld ja fast eine mülle wir haben die millionen guckt euch das jetzt an 1,5 mit 1,6 millionen dollar ja komm jetzt haben wir alles zweiter geld fördern so wie das immer in deutsch übersetzt wird das ist voll lustig so wir brauchen bitte 700.000 einmal das wäre sehr lieb tatsächlich ich kaufe mir die wand jetzt nicht so 700.000 zack 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 ultra geld automat doppler hier haben wir diese namen immer ok komm wir kaufen jetzt die wand einfach nur weil wir es können einfach so geld automat doppler 700.000 oder falls ihr hintergrundgeräusche hört das sind unsere nachbarn denn die ziehen nämlich hier weg und die machen wir sind krach die schmeißen da sachen neben container ein deswegen aber normalerweise hört man das nicht 720.000 warum habe ich denn jetzt wieder ein spin egal wie drehen komm ich brauche wieder geld jetzt kommt es jetzt kommt es so auf beiden seiten ich verstehe 740.000 kostet das nächste das können wir sogar holen fördererweiterung jungen wie viele förderbänder wollen die denn hier haben alter 760.000 kostet das nächste so zwei stück gibt es noch okay das geld fließt in meine cash in meine cash nicht in meinen cash boah ich bin so dumm heute aber egal ich glaube das ändert sich einfach nur nach zu fall also so wie es aussieht geht es noch bis nach da oben und wir sind gerade mal hier so ja gut vielleicht ein bisschen noch weil er tiefer so kann ja sind definitiv noch tiefer 800.000 so ich habe auch ein bisschen zeitdruck tatsächlich weil ich gleich wieder weg muss hoffe dass ich dieses video noch fertig geschnitten kriege in der zeit so 500 grüner geldautomat kann er nicht auch orange oder grün oder grün kann er nicht blau oder so sein muss er ausgerechnet grün sein aber natürlich das sind mal wieder richtige automaten wenn ich schwöre wenn jetzt hier gleich noch was kommt ne dann raste ich hier aus aus 650.000 wieder das nächste ah wie viel geben mir die alle geben sogar 6 5 jo ok äh 700.000 genau möchte ich jetzt gleich haben ja so 700.000 was ist das hier eigentlich sich deine hardware entspricht nicht den antworten meine hardware das ist diskriminierend ich habe doch voll die gute eigentlich egal so 750 zack und natürlich kann man das auch noch aufwerten zack 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 okay an zack десят zack 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 Und 800.000, das nächste. Dann müssten wir auch so weit alles jetzt hier an Droppern haben. Es sei denn, hier kommt gleich noch eine Reihe. Ich hoffe mal nicht. Weil dann... So, die Stunde der Wahrheit. Es sieht so aus, als wären wir jetzt fertig damit. Das ist doch geil. 350.000. So. Fenster. Ja, die muss ich auf jeden Fall kaufen. So, Wender aufwerten. 700.000. Warum kostet das denn hier alles so viel? Also kann ich Geld scheißen oder was? Also vielleicht ja. Vielleicht kann man das, aber trotzdem. So. Nächste Etage. 800.000. Ja. Da spare ich jetzt drauf. Die nächste Etage. Gebt mir die 800.000. Mir fehlen nicht mehr viele. Danke sehr. So. Kaufe ich mir jetzt gleich die Treppen und dann einmal den Pfad und dann glaube ich noch Licht. Und jetzt landet alles da drauf, merke ich gerade. Kann ich das gar nicht mehr einsammeln, das geht. Nein, bitte mach schnell, ich brauche die Kohle. So. Schnell, 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 schnell. Lass mich hier hoch. Okay, sind nämlich schon Dinge. So, jetzt kann ich auch schon hier oben bleiben eigentlich. Nein, ich will nichts kaufen. So. Wir kaufen auf jeden Fall nochmal den Pfad da unten. Können wir auch eigentlich wieder runtergehen. So. So. Jetzt sind wir hier fertig. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server, weil der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert den Glocken, damit ihr kein Video macht. Das war's. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandro. Ciao. Ciao.